Heute ist der Tag des Baumes und wir pflanzen heute den sogenannten Baum des Jahres, die Moorbirke. Und das machen wir gemeinsam mit den Menschen hier vor Ort in Neufahrland und feiern das auch ein wenig. Die Moorbirke ist ein heimisches Gehölz, eine der zwei Birken, Baumbirken, die wir hier bei uns haben, weshalb sie auch weiterhin am Standort verbleiben muss. Und sie stellt halt unsere heimische Natur dar, weshalb wir sie hier an diesem Standort gepflanzt haben, unter den optimalen Bedingungen, die wir geschaffen haben. Bäume spielen eine sehr große Rolle, weil sie gewährleisten, dass wir gutes Klima haben, dass wir Artenvielfalt haben und dass wir auch eine, sage ich mal, gesunde und gute Umwelt gewährleisten können.